Tel Aviv Tel Aviv war ein alter Traum, der unerwartet in Erfüllung gegangen war. Wie alle Träume, verworren, irrational, unberechenbar und gelegentlich geneigt, in einen Albtraum auszuatmen. Schon der Name war ein Paradoxon. Tel bedeutet Berg, Aviv, Frühling. Dabei liegt die Stadt eben und auf dem Winterregen folgt die Hitze des Sommers fast ohne Übergang. Arthur Köstler in Als Zeuge der Zeit 1899 veröffentlicht der Wiener Arzt und Begründer des Zionismus Theodor Herzl sein Buch Alt-Neuland. Eine Vision der Wiederbesiedlung des Heiligen Landes. Die dadurch ausgelöste Einwanderung nach Palästina war begleitet von einer gezielten Besiedlung durch Juden aus der Diaspora. Wirtschaftlich gesehen war Palästina 1918 bei der Übernahme des Mandates durch die Briten ein rückständiges Agrarland. Während der etwa 400-jährigen Zugehörigkeit zum Osmanischen Reich sind rücksichtslos alle Ressourcen ausgenutzt worden. Trotz aller Schwierigkeiten wuchs die jüdische Gemeinde zwischen 1918 und 1948, dem Jahr der Staatsgründung, durch die dicht aufeinanderfolgenden Einwanderungswellen beständig an. Bis in die 20er Jahre erreichten vor allem osteuropäische Juden das Land. Die Zuwanderung machte bald die Gründung einer eigenen Siedlung vor den Toren der orientalischen Hafenstadt Jaffa nötig. Die Zuhörigkeit zu erdeilen sie mitgevinden. Die Zuhörersätze sind die Musik der Stiftung durch die Trifung der Stiftung, auch die Stiftung durch die Gründung der Toren der Stiftung, der Toren der Stiftung hat viele Bringungen einsetzungen in der Stiftung, der Körger des Krisenstättekunnen shouldst worden. Die Zuwanderung machte die Gründung einer eigenen Siedlung nordöstlich der orientalischen Hafenstadt Jaffer nötig. 1909 entstand hier Achuzat Bayez, später umbenannt in Tel Aviv. Eine Wohnsiedlung mit Häusern für 60 Familien. Gebaut wurde nach Plänen des Wiener Hofarchitekten Wilhelm Stersny im Sinne der Gartenstadtidee. Im Zentrum der Mustersiedlung liegt die Herzlstraße. Daran anschließend entstand ein öffentlicher Park und das Gymnasium. Die von Gartenstadtgedanken geprägte Wohnanlage mit Einfamilienhäusern und Gärten sollte lediglich dem Wohnen und Schlafen dienen. Natürlich fang ab vom Betrieb Samen Jaffer. Die Aufstellung des ersten Kiosk kam einem Skandal gleich. Die neuen Zuwanderer vergrößerten das Siedlungsgebiet nach Norden. Der einzig möglichen Richtung der Stadtausweiterung, da im Süden Jaffer, im Osten das Meer, im Westen die Steinwüsten lag. Geschäftshäuser, Verkaufs- und Lagerräume, ganze Kaufhäuser entstehen. Kleinstädtische Strukturen mit osteuropäischem Milieu sind bis heute im ältesten Teil der Stadt zu erkennen. Einstöckige, europäisch wirkende Häuser prägen anfangs das Bild. Die Zeit bis zum Ersten Weltkrieg ist gekennzeichnet durch einen planlosen Bauaufschwung. Bei zunehmendem Wohnungsbedarf entstehen zwei, später dreigeschossige Mehrfamilienhäuser im eklektizistischen Stil. In den 20er Jahren war man zudem bemüht um einen Regionalstil. Die Architektur des Herkunftslandes wurde mit Elementen orientalischer Bauweise vermischt. Dem Übergang vom Eklektizismus zur Moderne bilden die Gebäude von Josef Berlin unter Verwendung landeseigener Silikatsteine. Eine Stadt braucht einen öffentlichen Platz. In Tel Aviv entsteht an der beliebten Allenby Street als erster wesentlicher urbaner Gestaltungsakt der Kika Magen David. Von den Bewohnern liebevoll Potsdamer Platz genannt. Die hier angeordneten Büro- und Kaufhäuser karikieren mit ihrer optisch wirkenden Wucht die eigentliche Kleindimensionalität. Die europäischen Vorbilder sind deutlich monumentaler. In Europa war mit dem Einbruch der Moderne zu Beginn des 20. Jahrhunderts in Architektur und Gestaltung eine völlig neue Ära angebrochen. Über Ornamentfreiheit und die Dominanz des Konstruktiven schufen Architekten und Künstler einen neuen sachlichen Baustil. Mendelssohn war einer der frühen, expressiv artikulierenden Protagonisten der Bewegung. Seine Gebäude wurden mit den Worten bezeichnet, Bewegung, die zur Architektur erstarrt. Mendelssohns gläserne Fensterbänder und runde Ecken werden prägend sein für die stetische Ästhetik Tel Avivs. Oder wie Dr. Michael Lewin im Interview sagt, als Mendelssohn nach Tel Aviv kam, war sein Stil schon da. Entlang der Ellenby Street nach Norden wächst die Stadt im Laufe der nächsten Jahre. Geschäfte, Büros, ein Kino sogar und natürlich Cafés entstehen. Das 1934 an der Ellenby Street erbaute Kino Riemann, wie auch das gegenüberliegende Café, das stark an das Berliner Kanzler gemahnt, steht für den Wunsch, Stadt zu sein. Tel Aviv, 1920, überströmt von Einwanderern, sucht die Stadt nach ihrer Form. Die Engländer wiesen 1921 eine Stadterweiterungsplanung an, die von Richard Kaufmann, dem damaligen Regionalplanung von Palästina, ausgeführt wurde. Kaufmann hatte in München bei Theodor Fischer als einer der ersten am neu eingerichteten Lehrstuhl für Städtebau studiert. Sein städtebauliches Modell für Tel Aviv sah ein zur Küste orientiertes Straßenraster mit einstöckiger Bebauung auf großzügigen Gartengrundstücken vor. Auf den Kaufmannplan aufbauend, erarbeitet der schottische Zoologe und Soziologe Patrick Geddes schon 1925 einen neuen Entwurf, jetzt um die auf 30.000 Einwohner angewachsenen Stadt für 100.000 Einwohner weiterzuentwickeln. Geddes Planung mit der Schaffung hierarchisch geordneter Straßen, übergeordneten grünen Boulevards in Nord-Süd-Richtung und den einfachen Klimaschneisen mit Ausrichtung nach Ost-West, ist bis heute erkennbar. Patrick Geddes schuf die grünen Boulevards, die Klimareservoirs der Stadt. Der berühmteste ist der Rothschild-Pulvar, dessen Ursprung im ersten öffentlichen Park der Wohnsiedlung von 1909 liegt. Ebenso wie er Straßen plant, bedenkt er die Lage der Stadt am Meer. Ausgehend von einem breiten Uferstreifen, der ursprünglich ebenso begrünt sein sollte, erstrecken sich die als Klimaschneisen in Ost-West Richtung konzipierten Straßen bis tief in die Stadt hinein. Sie lassen die Meerluft in den Stadtraum eindringen. Aus heutiger Perspektive zeigt sich, dass gerade die Anbindung der Stadt ans Meer nicht funktioniert hat. Hemmungsloser Kommerz und leere städtische Kassen haben in den 60er und 70er Jahren den Grünstreifen verschwinden lassen. Kaufmann wie Geddes war an dem Gartenstadtmodell verpflichtet. Sie strebten mit der Einheitsparzelle von 562 Quadratmetern eine durchgrünte, aufgelockerte Stadt an. Die spezifische Situation für Tel Aviv jedoch, das Anschwellen des Einwanderungsstromes, kehrte diese Planung bald ins Gegenteil um. Die Mindestbebauung der Parzellen wurde überschritten. Die englische Bauordnung jedoch hatte ein für allemal das einzelstehende Haus sanktioniert. Julius Posener schreibt dazu in seinem Buch, Tel Aviv war für kleine Häuser geplant, da es sich aber rapid entwickelte, wurden aus den Häusern Mietshäuser, welche den ganzen bebaubaren Teil des Grundstückes besetzten. Sie reichten bis zur Bauflucht an der Straße, hielten gerade den Mindestabstand zum Nachbargrundstück ein, der nicht mehr als vier Meter betrug, und erstreckten sich auch bis zur rückwärtigen Bauflucht. So standen also diese ziemlich großen Häuser in acht Meter Abstand uneinander. Man hätte meinen sollen, dass man besser daran getan hätte, den Abstand zum Nachbarn aufzugeben und an der Straße zusammenhängende Gebäude zu errichten. Dem aber stand die Bauordnung entgegen, und die war britisch. Vor diesem Hintergrund bildeten größere Bauten wie Nachbarhäuser mit demselben oder spiegelverkehrten Grundriss die Ausnahme. Durch Zurückspringen sich gegenüberliegender Bauteile von der Straße wurden gemeinsame Freiräume geschaffen oder auf erhöhtem Plateau der gemeinsame Garten markiert. Auch Ari Jarron, Absolvent an der 1927 gegründeten Architekturabteilung des Bauhauses, bricht mit seinen Arbeiterwohnsiedlungen aus den vorgegebenen Barzellenraster aus. Er konzipiert Gemeinschaftshäuser für die jüdische Gewerkschaft Histertod, die sich als Wohnseilen über mehrere Grundstücke hinwegziehen. Eine städtebaulich höchst markante Abweichung von der sonstigen Rasterung der Stadt schafft Gerdes noch selbst mit den kreisrunden Diener Diesengaufplatz. Basierend auf dem Wettbewerbsentwurf der Architektin Genia Aberbuch ist die heute noch existente Bebauung der geschwungenen weißen, zwei- bis viergeschossigen Gebäude entstanden. Die horizontale Gliederung der durchbrochenen Brüstungsbänder setzt sich bis in die Bebauung der angrenzenden Häuser fort. Der runde Platz nahm auf den gestiegenen Verkehr Rücksicht. Hier sollte im modernen Sinne kreuzungsfrei Autoverkehr aus den sechs einmündenden Straßen gebündelt werden. Erich Mendelssohn hat in Deutschland in den 20er Jahren das größte Büro. Seine Kaufhäuser aus Glas, Stahl und Licht für Salman Schocken stehen in Breslau, Chemnitz, Stuttgart und Nürnberg. Ab 1926 baut Mendelssohn am Kurfürstendamm den sogenannten Voga-Komplex. Das auffälligste Gebäude ist das einstige Universum-Lichtspielhaus, die heutige Schaubühne. Ein weit in die Grundstückstiefe reichender verklinkerter Baukörper, an dessen Front ein dynamisch geschwungenes Halbrund im oberen Bereich von einem blockhaften Keil durchstoßen wird. Verschiedene Strömungen wie Le Corbusiers experimenteller Rationalismus, Mendelssohns organischer Expressionismus oder die sachliche Lehre des Bauhauses, wonach industrielle Fertigungsmethoden vom Handwerker-Künstler in den Gestaltungsprozess einbezogen werden sollen, schmelzen eine mächtige Bewegung des neuen Bauens. Im anglophonen Sprachraum entsteht dafür mit der Architekturausstellung von Hitchcock und Johnson 1932 im Museum of Modern Art der Begriff International Style. Die Moderne in der Architektur ist geprägt von den Erfahrungen und der Ästhetik der Industrialisierung. Initiiert durch den Verzicht auf Ornamente entwickelt sich im Laufe der 10er und 20er Jahre eine durch Funktionalität, Rationalität und Versachlichung geprägte Gestaltungsform, in der weniger mehr ist. Ausgehend von dem überwältigenden Paradigmenwechsel des 19. Jahrhunderts, an dessen Ende die Maschine steht, lassen sich überall auf der Welt Architekten auf die damit zusammenhängende Wandlung der Wahrnehmung ein. Berlin und Frankfurt sind Zentren des neuen Bauens. Es entstehen Siedlungsbauten, wie auch Einzelhäuser im neuen Stil. Zusammenfassend wird die Entwicklung auf der Werkbundausstellung in Stuttgart 1927 gezeigt, mit den Häusern der Weißenhof-Siedlung. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 In Dessau entsteht 1927 das von Grubius entworfene Bauhausgebäude, als Kombination dreier programmatisch untergliederter Gebäudeteile. Markant ist der aufgeständerte Gebäudebereich, der gleich einer Brücke möglichen Verkehr durchlässt. Dies steht für Geschwindigkeit und Simultanität der neuen Zeit. 1933 übernimmt Hitler die Macht. Der Antisemitismus ist staatstragende Ideologie geworden. Viele jüdische Bürger wandern aus. Einige davon nach Palästina. Ein ungewöhnliches Abkommen zwischen deutschem Reich und jüdischen Organisationen regelt die Ausfuhr von Material und Maschinen. Der sogenannte Havara-Transfer. Nitzers Mock erzählt über den Havara-Transfer. 1933 verhandelte die jüdische Organisation mit der deutschen Regierung, um eine Vereinbarung, ein Abkommen zu treffen. Der Inhalt war, alle Emigranten, die zwischen 1933 und 1939 aus Deutschland kamen, konnten ihr Geld unter gewissen Umständen mitbringen. Die Menschen, die das betraf, hatten sonst ihr gesamtes Eigentum in Deutschland zurücklassen müssen. Das Abkommen mit der Regierung ermöglichte, das Geld für den Kauf von Material einzusetzen, wie Holz, Stahl, Radiatoren, Heizungen. Dieses wurde über Firmen nach Israel transferiert und konnte hier zum Aufbau des Landes, zum Bau von Häusern benutzt werden. Die Emigranten erhielten dafür Geld in Israel zurück. Das Resultat davon war, in dieser Zeit stand sehr viel qualitätsvolles Material zur Verfügung. Schon 1932 öffnete die erste Levante Messe ihre Tore. Wirtschaftliche Prosperität ermöglicht dies. Hier bauen junge Architekten wie Ari Charon, Karl Rubin, aber auch Richard Kaufmann temporäre Messe-Avions. Die Messe zeigte ein modernes, architektonisches Gesicht. Ein europäisches. In den 30er Jahren änderte sich innerhalb eines mehrjährigen Baubooms die Stadt Tel Aviv ganz wesentlich. Aus der gedrängten urbanen Struktur um die Elbis-Street herum wächst die Stadt in Richtung Norden entlang der Ben-Di-Hooder-Straße im Zentrum der deutschen Einwanderer. Innerhalb weniger Jahre entstehen hunderte von Häusern im internationalen Stil. Die Architekten und Ingenieure waren meist sehr jung und Absolventen der europäischen Schule. Nitzers Mock berichtet. Viele studierten in Frankreich und Belgien. Schien ja Aberbuch, Dorf Kami oder Karasik gehören dazu. Wir haben mehr als 20 Architekten, die in Belgien studierten, in Gent bzw. Brüssel. Es sind nur etwa 10, die in Deutschland studierten. Die meisten von ihnen meiner Meinung nach in Berlin-Charlottenburg. Hinzuzufügen sind die 6 Studenten des Bauhauses. Dr. Michael Lewin antwortet auf die Frage nach dem Begriff Bauhausarchitektur, der in Israel üblich ist für die Gebäude aus den 30er Jahren. Ein Grund ist vielleicht, dass wir 18 Absolventen des Bauhauses hier haben. 6 davon waren Architekturstudenten. 18 ist eine sehr große Zahl bei insgesamt 407 Bauhausschülern. Ein Architekt, dessen Biografie beispielhaft für viele der anderen stehen kann, hat einen Prototyp, dessen Tel Aviv bis in die 50er Jahre erbauten Wohnhauses geschaffen. Zeev Rechter, in der Ukraine geboren, gehört, als er 1919 mit seinen Eltern nach Palästina emigrierte, zur ersten Einwanderungsgeneration. Nach autodidaktischer Tätigkeit verlässt er Palästina 1923 und studiert Architektur in Rom und Paris. Bis 1928 baut er drei Häuser für Tel Aviv, die für die Entwicklung der Stadt typisch sind. Einem eher dem historisierenden Kolonialstil verpflichteten Gebäude folgt ein Versuch, orientalische Formensprache zu zitieren, bis er 1928 mit einem formal ungewöhnlich strengen Entwurf auffällt. Das Wohnhaus ist von kubischer Gestalt mit extrem reduzierten Fensteröffnungen über einem Sockelgeschoss errichtet. Nach Beendigung des Studiums ist Rechter für vier Jahre in Paris tätig. Hier taucht er ins Umfeld einer experimentierfreudigen Boheme ein, trifft auf Brancusi und Giacometti, vor allem Künstler gehören zu seinem festen Umfeld. Hier trifft er auch auf Le Corpusier, von dessen Ideen er sich angezogen fühlt. 1932 kehrt Rechter mit Familie zurück nach Palästina und gründet ein eigenes Büro in Tel Aviv. Zusammen mit Arie Charon, Josef Neufeld, Sam Barkai gehört er zu den Mitbegründern der Architektengruppe Chuk. Hier entsteht 1933 das Spade Engel, das erste Haus auf Pilotes. Der Auftrag von Sarah Engel entwirfte einen U-förmigen Gebäudekomplex, dessen zur Straße dem Rothschild-Boulevard zeigenden Flügel er aufständert. Heute ist die originale Gestaltung kaum mehr zu erkennen. Bedingt durch die politische Entwicklung in Palästina wurde der aufgeständerte Bereich 1948 im Unabhängigkeitskrieg zugemauert und ist bis heute nicht in seine ursprüngliche Form zurückgebaut worden. Ein Merkmal des Hauses Engel sind die nach außen gestülpten Kastenbänder, in denen die Fenster sitzen. Das Gebäude ist dadurch waagrecht dynamisch aufgegliedert und erhält ein unnachahmliches Profil. Auch in diesem Fall fließt die Dynamik des motorisierten Verkehrs verwandelt in die Fassadengestaltung ein. Die Leck-Corpusierischen Pilotes kommen in Tel Aviv an. Die im Raster angeordneten Rundsäulen, auf denen das erste Wohnengeschoss aufliegt, eröffnen den Hof zur Straße, lassen Raum für Pflanzen und ermöglichen eine optimale Luftzirkulation. Rundsäulen. 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 Bemerkenswert ist zusätzlich das begehbare Dach mit Sonnenterrasse und Pergola, auf welchem dem Wunsch der Auftraggeberin entsprechend ein Gymnastikraum untergebracht ist. Der halböffentliche Hof mit Bepflanzungen und Sitzmöglichkeit, wie auch die den Hausbewohnern zugängliche Dachtrasse, lassen die Einflüsse reformorientierter Bauauffassung erkennen. Der halböffentliche Hof mit Bepflanzungen und Sitzmöglichkeit und Sitzmöglichkeit. Die Aufständerung setzt sich in Tel Aviv, einer Stadt im Klimabereich des Mittelmeeres, durch. Es wird ein zusätzlicher städtischer Raum geschaffen. Die Erdgeschosszonen verändern sich infolge zu schattigen Eingangsbereichen, die Bepflanzung und Bewässerung erfahren. In einigen Fällen sieht man kleine in Keramik gefasste Brunnen. Der Garten ist in der ursprünglich als Gartenstadt geplanten Stadt Tel Aviv unter das Haus zurückgeholt. Der Garten ist in der Ursprung des Mittelmeeres. Unterdrückung des Mittelmeeres ist in der Ursprung des Mittelmeeres gibt. Das ist ein Zeichwort. Der Garten ist in der Ursprung des Mittelmeeres. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Danke. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.